Musik Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategie-Tiger des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Freitag, den 22. Juli um 11 Uhr. Sie haben die Nachrichten verfolgt um die EU, um das Rettungspaket. Und ich muss sagen, Respekt, ich hätte das den Politikern nicht zugetraut, dass sie jetzt sogar diesen Schuldenschnitt in Kauf nehmen. Ich hätte eher vermutet, dass man in das Fass ohne Boden immer noch mehr Geld hineinschmeißt, dem schlechten Geld noch weiter Gutes hinterherwirft über Jahrzehnte, nur um ja niemanden zu vergrätzen, nur um die Probleme lang genug auszusitzen, bis man selbst nicht mehr im Amt ist. Aber nun kalkuliert man oder nimmt man zumindest einen Schuldenschnitt im Kauf im Herbst und letztendlich können sich über diese Nachricht alle freuen. Wir haben es auch gestern gesehen am Kapitalmarkt. Da hat es ja eine Euphorie entsprechend gegeben und das nicht ohne Grund, wenn man das mal durchrechnet. Die europäischen Finanzminister, die gehen ja auf eine Lösung zu. Die sagt, dass private Gläubige auf ein Fünftel, das heißt 20 Prozent, ihrer Forderungen verzichten müssen. Und wenn wir sehen, dass die griechischen Staatsanleihen zum Teil im Bereich von 51 bis 60 Prozent notieren, dann ist das immerhin noch ein satter Gewinn, den Sie mit dieser Lösung einstreichen würden, wenn Sie tatsächlich diesen Tausch in längerfristige Anleihen vornehmen. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass diese länger laufenden Anleihen dann auch noch einen entsprechenden Wert haben. Aber davon darf man sicherlich ausgehen, wenn wir sehen, wie der Rettungsfonds, der Rettungsschirm dann noch dotiert wird. An den Kapitalmärkten gab es natürlich die absehbaren Reaktionen. Der Euro hat sich etwas befestigt, das Gold hat etwas nachgegeben und der Ölpreis ist angestiegen. Gold natürlich als Safe Heaven damit nicht mehr so gefragt. Der Anstieg des Ölpreises hat sicherlich auch damit zu tun, dass Japan vermeldet hat, dass sein Bedarf doch noch größer ist. Wir haben im neuen Frankfurter Börsenbrief unsere Einschätzung ja gedreht. Wir haben ein neues Longpapier empfohlen für den WTI und damit sind wir jetzt offensichtlich zwei Tage zu spät. Aber als Redaktionsschluss war, da waren diese Nachrichten noch gar nicht bekannt. Nichtsdestoweniger lohnt es sich sicherlich auf diesen Zug aufzuspringen. Die näheren Details lesen Sie wie immer morgen im Frankfurter Börsenbrief. Während die Börsianer und auch die Finanzinstitute jubeln über diese Einigung, ist bei den deutschen Unternehmern wieder etwas mehr Ernüchterung eingekehrt. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist auf einen neuen Monats-Tief gefallen von 114,5 auf 112,9. Das ist immer noch ein sehr, sehr ansprechender Wert, das muss man ganz klar sagen. Wenngleich natürlich die Differenz zwischen Geschäftserwartung und Geschäftslage doch ein bisschen Sorgen, die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Es war ja mit einem Wert von 113,7 gerechnet worden. Und insofern ist das ein ganz kleines Alarmsignal. Das muss man sagen. Wir glauben nicht, dass sich das so groß im Moment auf die Märkte auswirken wird, weil, wie gesagt, das absolute Niveau vom IFO-Geschäftsklimaindex immer noch so hoch ist, dass man sich keine Sorgen machen muss. Aber eine Entwicklung, die man auf jeden Fall beobachten sollte. Schauen wir heute auf Adidas. Sie haben angekündigt, für das laufende Jahr einen hohen, einstelligen Umsatzanstieg zu erzielen. Das ist natürlich sehr bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass normalerweise eher immer nur in Jahren von olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften Adidas sehr gute Jahre zu verzeichnen hat. Wir sehen diese Nachricht sehr positiv. Hoher einstelliger Bereich. Das ist für ein ungerades Jahr eine sehr ambitionierte Zielsetzung. Und deswegen halten wir das für einen Grund, in die Adidas auch wieder erneut einzusteigen. Schauen wir auf die Solarindustrie. Da gibt es heute ganz unterschiedliche Signale. Auf der einen Seite hat Rot und Rau gesagt, dass man den Ausblick für 2011 zurücknehmen müsse. Einfach weil das Industrieklima in dieser Branche zerfallen sei, in der Zerstörung begriffen sei. Und dass man deswegen es negativ sieht. Und gleichzeitig hat Solar Hybrid seine Prognose für das laufende Jahr, für das Jahr 2011 nochmal bestätigt. Und den größten Auftrag ihrer Unternehmensgeschichte an Land gezogen. Unterschiedlicher könnten die Auffassungen nicht sein. Wir sehen diese Nachrichten in den Unternehmen begründet. Rot und Rau ist ja schon seit einiger Zeit keine Empfehlung mehr von uns. Und der Solarindustrie, der geht es grundsätzlich schlecht. Und deswegen, wer in diesem Bereich, in diesem grundsätzlich zukunftsträchtigen Bereich investieren möchte, der sollte sich schon ganz genau angucken, welche Unternehmen hier tatsächlich werthaltig und zukunftsträchtig sind. Und wir begleiten sie diesbezüglich ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das Gold. Ich hatte das schon angedeutet. Gestern nachgebende Kurse, nachdem sich einige Investoren da verabschiedet, haben insbesondere einige Spekulanten, die auf eine Nicht-Einigung gesetzt haben im Bereich der Euro-Finanzminister. Und wir gehen davon aus, dass wir ein Rückschlagspotenzial allerdings bis maximal 1.540 Dollar sehen und danach einen neuen Anlauf auf neue All-Time-Highs. Grundsätzlich hat sich am Gold-Trend nichts verändert, insbesondere was die Nachfrage aus Asien anbelangt. Mit diesen Nachrichten, mit diesen Einschätzungen, mit diesen Prognosen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit in dieser Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Am Montag begrüße Sie an dieser Stelle wieder kompetent. Walter Thyssen, alles Gute, Ihr Bernhard Kensing Vorarlhof Ich bin der